Also, jetzt geht es weiter. Bahn 1, BMW M4, Bahn 2, Golf 3, VA6 und Jogbo. Boah, dann wollte das man ja unbedingt gegen den. Geil. Ja, Bahn 1 an der Reaktionzeit von 1,36 und Bahn 2 an der Reaktionzeit von 0,81. Das habe ich schon mal gegeben, aber naja, wir sagen, da hast du gerade eh mein 8000 Euro Auto verloren. Ja, Bahn 2, Fahrzeit der Gewinner eine 14,85 und Bahn 1 eine 15,36. Boah, Höhefung des Tages, ey. So, Bahn 1, BMW, Mercedes A45 AMG.